Den heutigen Berg, den ich erklimmen will, ist kein wirklicher Berg im herkömmlichen Sinne. Eher ein aufgeschüttetes Hügelchen, der im Rahmen der Neugestaltung des angrenzenden Bürgerparks Anfang der 1990er Jahre in Berlin-Marzahn entstanden ist. Die Höhe des Hügels steht in keinem Verzeichnis. Auch im Internet kann man dazu nichts sichten. Man muss sich wohl an die Treppenstufen, die hinauf zum Gipfelfühlen halten oder eher eine Schätzung abgeben. Nachdem ich doch etliche Stufen hinaufgestiegen bin, stand ich am höchsten Punkt des Hügels, der eher wie eine Aussichtsnische aussieht. Von hier oben hat man aber einen herrlichen Blick auf den gesamten Bürgerpark. Unterhalb der Aussichtsnische am Fuße des Hügels befindet sich das Platsch, ein Kinderfreibad der Berliner Bäderbetriebe, das ebenfalls im Rahmen der Umgestaltung des Parks entstanden ist. Das Grün des Parks schlängelt sich durch das Marzahner Viertel und verleiht seiner Umgebung ein erholsames Flair. Auf Wiedersehen! Untertitelung. BR 2018